Gamebusters.de Deine Gaming Community Howdy doody Freunde! Hey! Howdy doody! Warte mal, Freunde. He he he! Und wir spielen weiter. Freunde. Warum ist der dann immer verschlossen? Warum dann? Freunde. Oh! Übrigens, das ist so circa der Punkt, wo es für mich bleibt ist. Ah, cool! Freunde, wir kennen uns jetzt beide nicht mehr aus. Je-ha! 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 Je-ha- cowboy, ja. So wie ein cowboy-hawdy sagt. Das habe ich noch gemacht. Und dann, und dann... Und dann ist gleich nichts mehr. So! Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt? Episode vorbei. Also, Kapitel vorbei. Episode, ja. Episode. Freunde, ich hoffe, es waren für schöne Sekunden. Cool! Rewin! Wir speichern? Ja, bitte, bitte. Wir kommen über 9 Uhr. Die Speichern über 9 Uhr. Ja. Das ist ganz gut. Ja. Neuss! Die Werkzeuge des Meisters. Und ich war der Gegenwart der Spuren, wenn sie durchführt zu laufen. So, wir schon mit demnach. Ja, das wurde auch noch mal vor. Rewin! 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 Er hatte die ganzen, er hat die Wende schon wieder gemacht. Ja, mit meiner Schwerbung. Gott. So gut. Mit seinem Buch. Wieso? Ja, weiß egal. Ja. Aber was ist das eigentlich für Zeichen? Ähm, Castellanos. Das muss eigentlich jetzt... Wow! 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 Oh mein Gott, du bist dann nicht ganz klar. Er hat sich auch voll wie ein Meister. Oh mein Gott. Wieso wenn du das kennst? Das war nicht bloß Forschung. Das ist ein wunderschöner Mensch. Das ist das, was den Menschen zugefügt wurde. Diese Falle ist ein Begeziffer. Diese Begeziffer. Diese Bekrober. Sie sind meine und ich verfüge über Sie. Mit einem als Deutsch. Das war nicht bloß Forschung. Rübeck ist ja ein Fetterkleinverwerter. Oh, das ist Bussi-Bussi. Aber ich glaube, wir brauchen Bussi-Bussi. Einen Schlüssel hast du. Einen Schliesl? Einen Schliesl? Einen Schliesl hast du gefunden. Den könnten wir gleich verwenden. Ich habe nicht gesucht. Ich habe nicht gesucht. Ich habe nicht gesucht. Ich habe nicht gesucht. Oh nein. Oh, mein Kopf. Alles okay, Schätzchen. Warum hast du an unsere Tür geklopft? Hast du wieder Sehnsucht? Nach unschönen, wilden Überraschungen? Oh, mein Kopf. 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 Hast du das Kastriano so einen extra kleinen Penis und gewichtig wort dran? Oh, mein Kopf. Ganz genau das soll es heißen. Und er ist nicht sicherlich. Okay, lass uns das. Und er holt sich nicht unbedingt Ihre Zustimmung. Ja. Ganz genau. Ganz genau. Ja, das ist halt irgendwie ein cooler. Ja, da haben wir jetzt fast noch gar nichts. Oh, hallo. War das hier recht gut? So random. Das funktioniert echt gut, ist es echt gut. Wie viel haben wir es eigentlich immer noch mal machen? Äh, 15.000 Euro. Ähm, sagen wir mal. Nein, ich muss wieder etwas machen. Ok, mach ich mal das mal. Ok, mach ich mal das tun. Oh, Herr Röwig, Schützer. Ist okay. Dann schütze dich bei der Zeit sagt weiter. Du sollst dich schützen, du bist in einer Gefahrensituation. und die war nicht so waffen aber du könntest du die stärke von der Pistole Kassel Schaum und von irgendeinem zumindest von der zum Beispiel und der ist der Jörg mit der die die Braut zu voll und was ist die 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 das war dann im Prinzip wie die die ist Die, 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 das Ding, was, was, äh, Robo hat. Genau, stimmt's, Herr Robo. Ja, so, das war circa so ein Shotgun mit, mit Endless Bullshit, jetzt hab ich auch. Oh, wega. Oh. Eine Ähnung? Eine Ähnung? Nee, du, keine Ahnung. Was? Wer sind Sie? Vater Jürgen. Hass. Rüwig's Hass. Rüwig's Hass. Kirk Rüwig-Pita. Sein Hass verzehrt ihn. Ruhig. Rüwin war aus. Ruhig. Er will, was du,ogi' Nübersassel. Papa Rüwig, er will nicht, dass er ihr ist im ambiental- Redaktionอะไร zu machen. Rüwig-Pita Rüwig sind es, in Rüwig's Kopf zu espaço. Schild und Schildbedingungen. Ok, ok, dann spielen wir David und Walter, wir sind immer noch da, wir sind immer noch da und hier, wir sind jetzt praktisch im Keller, wo er seine ganzen Experimente gemacht hat. Und seine Frauen festhält. Und seine Frauen festhält. Ich glaub das war's. Oh cool, da unten schaut's ja noch Falle aus. Falle, Falle, Falle. Westmalle. Westmalle? Westmalle, das ist ein Bier, das man bei uns kaufen hat. Echt? Ja. Belgisches Bier, Freunde, belgisches Bier. Das ist die westliche Seite von Mallorca. Ja. Wow! Das war versehen, aber ok. Das hätte ziemlich scheiße ausgehen können. Oh, du hast dann mit einem Weg versperrt. Zu gut und Heiligtum. Scheiße. Egal. Solange wir leben, ist das Leben schön. Da ist auch gut. Die Tür. Na. Nein. Ja, immer gibt's. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Das scheint aus wie groß, du Scheiße. Oh, oh, gute Mann. Gute. Scheiße. Ich brauch' geckert. Ach du Scheiße. Ja, Deckung war gut. Ach du Scheiße. Oh, was geht da ab? Ach du Scheiße. Oh, was geht da ab? Ich lege das. Das muss ich auch mal dabei, die macht alles so einfach. Oh. OOOH OOOH Holy shit Die haben uns nie gesagt, dass da irgendwas auf uns zukommt Die haben nur gesagt Deckung Die haben immer noch da kommen wieder an Ich hab jetzt so eine Bolzen können Ja, ich hab irgendwas jetzt Deckung Was losmacht Holy shit Wo bin ich jetzt? Wo bin ich jetzt? Ich bin jetzt Kein zu weit, schau dir mal Ich kann das jetzt nicht mehr vergehen Ich kann nicht sagen, dass ich das nicht einmal weg Ich kann nicht sagen, dass ich das nicht einmal weg Ich kann nicht sagen, dass es nicht mehr war Oh, da war ruhig Nein, lassen wir uns jetzt Aber er darf es nicht Er darf es nicht Er darf es nicht Er darf es nicht Kann man von euch Kann man Kann man Jetzt wird immer zu close OOOH And it feels like I am just too close to love you There is nothing I can really see Du magst blänen aber du kannst nicht blänen weil ich dich nicht blänen lasse. I know I'm all. I can't hold. And do I do to myself. And it feels like I am just the close to life. Ich weiß es nicht. Wie wir ihm nicht sicher sein, dass er tot ist. Er ist... Ich glaube er ist tot. Ich glaube er ist tot. Ich würde sagen er ist tot. Und du bist jetzt eh vielleicht schon drum herum. Ich weiß es nicht. Ich hab nur das nicht so. Scheiße. Ich brauch Dekon. Was soll das sein Gas? Ja irgendwie... Was kann ich denn nehmen? Ach nicht. Oh hallo! Du te fre! Du lege te fre! Das kommt aber nicht ein. Bist du sicher? Gott schau halt, schau halt, schau halt, schau. Na ich ne ducken! HADUKEN! Na. Was kommt dann alleine? Zum Glück! Unschön. Ja unschön. Das ist wie so... Passieren auf dem... Karussell. Das ist sicher nicht geil, wenn du es so schneller wäre. Du willst irgendwie gescheiter passieren. Na auf so einem Karussell. Das ist auf so Spielfelder. Das ist so. Oh. Ja. Sicher super. Oh ja. Oh fette Freunde! Fette Leute! Du wagst ja. Hey Leute! Alter! Er hat ein bisschen... Was macht es? Oh da schießt ja nur viel! Du ligs. Oh, ja, super, wir kennen doch nicht, oder? Maria! Maria! I want to have a beer with you! I just met the government, Maria. And every time I see her, my heart goes... Ba-boom, ba-boom! Ba-boom! Schonger! Behind you! Oh! Oh! Mar-a-gu-ya! Mar-a-go! Ba-na-na! I'm a hot chocolate! I'm gonna make this beer name Chogut and my interest Chogut then my statue talk about my Chogut and the way she pronounces Chogut makes my heart go Chogut That's good! Yeah, that's good! You're, I believe, you're already... You're fine out of the shit, but there's no way in the height of Chogut No! What's going on? A shot! It's like a shot! What... It was FR, did you say it was? It wasn't cool! It was unschöne wild überraschung? Yes! . I'd say, to be wild, but... unschöne, onji! O ni kao my interest Chogut tell me we start to talk about the Chogut And the way she pronounces it Chogut Just met him, un- gjort Chogut BANANA Ja, strawberry. I just want to... Daddy. Na. Nichts? Na, hat Mama geküsst worden. Ein bisschen Moonwalk. Paparazzi. Schau nach Waffen. Da bei der Hurensohn. Da, da, da vorne. Da, da, da ist er. Der Hurensohn. Da war er. Der macht einfach... Er ist ein Asshole. Der hat... Mir ist vollkommen halt einfach so aus der Hüfte mit diesem Sniper. Appa! Appa! So wie der... Bies von Argen. So wie sein scheiß Bison. Appa! Jeb jeb! Ja, ich hab's drin. Ach, gute alte Zeit. Das klingt so dumm, wenn du das sagst. Nein, warum? Warum? Schieß doch die zwei da oben! Pst, pst, Maul. Gibt's alles unter Kontrolle. Gibt's? Ich hab's... Ich hab's... Du Hu! So ein Kunst-Erst. Ja, so gehört's jetzt. Das ist ein Zweiteiler. Das ist ein Zweiteiler. Der hat sich versteckt! Oh! Machst du das wieder aus der Hüfte? Ja. Ja, der Hette ist einfach so. Hey, ich brauch mal eine Sekunde neue Vorteile oder so. Ich glaub, da war's der Totwesen. Aber wie kommt er wieder? Ja, das ist die entscheidende Frage. Wie kommt er wieder weg? Ich glaub, du musst unten gehen. Ich glaub, das war auch Fehler, dass ich da draufhabe. Ahhhh... Naja, sowas du sie zumindest mal hingemacht. Das ist schon mal ein Vorteil, würde ich sagen. Ähm... Ähm... Naja, gut davon, dass du das Vorteil siehst und was du als Penis... Was? 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 Oh, noch nix. Okay, dann gehen wir mal unten. Du wirst uns die Köpfen. Ja. Ja. Kannst du das nicht gehen? Gib mir! Gib mir! Oh mein Gott. Oh! Appa! Appa! Ich bin dein Tod! Gib mir den Scheiß! Ach, gib dich der! Gib dich her, du Schlampe! Schlampe! Scheiße, wenn ich so eine Nachbar von mir denke. Das war nicht schön, nein. Ja, das war nicht schön. Du schiessen bist doch. Aber jetzt gehst du näher mal so auf Tufel und... Aber es macht Spaß! Ja! Ist es gemein? Ist es geil? Das ist dein alter Freund Pepper. Ja. Hey, buddy! Dein Body ist schön. Oh! I'm a laugh of the shape of you. Ja, ich mor Stitch zu sehen! Chama &a I'm Okay, nochょ. Wir haben noch, wir haben noch einen 1. April. Ja, wir haben noch einen 1. April mehr gewöhn. Ja, wir haben noch eine 1. April. Also wir nehmen ihn noch ein 1. April auf. Ich lass nicht mal mit Video hochkommen, aber... wahrscheinlich nicht weitergehen die oftнь permise Source ah! Oh! Oh! Duк! Duca! No Jahr! Oh! Nps!! Das hat so nett, als der Zuwerde wegkommt. Mit dem Kopf zu spritzen. Er schaut schöner aus, wenn es vom Herzen kommt. Das ist in der Situation auch nicht unbedingt besser, aber... Das hat er vergessen. Der ist sogar besser drauf wie der andere, weil der hat keine Stacheln. Warum ist er ein Glasmensch gewesen? Nein, es war hinter ihm. Oh, er ist tot. Das war sehr effektiv. Nein, jetzt mal nimm das Bild und dann nimm das Axt. Bitte, wenn er einfach nicht wieder sieht. Dann kann ich nicht fahren. Ich frage mich aber, ob es mir erwischt. Nein. Und Opa! Opa! Ach, da bist du was. Wer kennt sie aus? Ich mij School. Ja, videos. Jungs ist eriker. Ja, nein. Hallo? Notwehr! 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 Ah! Munition! Notwehr! 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 Fuck! Feuerwehr! Feuerwehr! Lauf! 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 Weg! 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 Du kenn... Du kenn... Lauf! 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 Das ist zu viel, Freunde! Das ist zu viel! Du bist ein komplett am Arsch, Freunde! Scheiß! Die Wandern! Ach du Scheiße, wie sind wir da... Ja, wie sind wir da wieder aus? Das geht nicht! Aber, Freunde, das lässt es spannend für die nächste Episode, weil dann machen wir genau da weiter, wo wir jetzt stehen. Genau da! Also, wenn es euch interessiert, schaut wieder vorbei. Wenn es euch bis jetzt gefallen hat, lasst ein Like da. Kommentiert, ähm, was ihr wollt, wenn ihr kommentieren wollt. Oh, und wir haben soziale Netzwerke, da könnt ihr auch was machen, was ihr wollt. Irgendwas kommentieren oder so, aber nix. Hast du schon mit den richtigen Angstständen gehabt? Nein, ich hab's auch nicht vor. Howdy doody. Jetzt fertig!